Weiter geht's mit unserer Weihnachtsbäckerei. Heute zeige ich euch so leckere Muffins. Die schmecken sehr weihnachtlich, sind gesund. Sie enthalten jetzt kein Gluten, kein Zucker, aber die sind wirklich so lecker. Und die können die Kinder auch mit zur Schule nehmen, zum Frühstücken zum Beispiel. Wir fangen erstmal an, unsere Datteln entkernt zu pürieren. Am besten machst du sie ein bisschen weich, ein bisschen Flüssigkeit reingeben. Dann nehmen wir 200 Gramm gemahlene Mandeln, geben diese schon mal in eine Schüssel und nach und nach alle Zutaten rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann sehen wir uns auch schon morgen mit dem nächsten Video. Wenn du spezielle Video-Wünsche hast, lass es mich unten wissen in den Kommentaren. Wenn dir dieses Rezept gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben dann lassen. Ich freue mich auf eure Kommentare und dann sage ich bis morgen.